So, mal ein bisschen kartonig, wie ich fertig umgebaut habe, live im Einsatz. Die Kipps kommen ganz gut klar, die ist mittlerweile von 8 auf 10 Volt hochgegangen. So, für alle die Magnetfahrer sind, die Kipps haben sich mittlerweile entschieden, für alte Autos mit krummen Achsen besser zu fahren, als kleine Autos mit Magneten. Seht ihr, in der Jugend ist auch noch was drin. So, ein Lass war die Magnetfahrer der Fall.